Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Zuschauer! Zunächst einmal das Anliegen Ihres Antrages, mehr Migranten in den öffentlichen Dienst zu bringen, begrüßen wir. Allerdings verstehe ich nicht, wieso Sie diesen Antrag dazu missbrauchen, das anonymisierte Bewerbungsverfahren schlecht zu reden. Ich dachte eigentlich, dass Sie bei dem Expertengespräch des Integrationsausschusses im April dabei waren. Ich möchte dabei kurz auf zwei Punkte des Expertengesprächs eingehen. Erstens. Wenn Diskriminierung vorliegt, dann ist das anonymisierte Bewerbungsverfahren ein Mittel, um Diskriminierung zu umgehen. Das ist erwiesen. Zweitens. Das anonymisierte Bewerbungsverfahren ist kein Allheilmittel, aber das behauptet ja auch niemand. Es geht zunächst einmal darum, dass man überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Um nichts weiter geht es. So wird erreicht, dass Menschen, die vielleicht schon aufgrund ihres Namens, und das passiert ja nun mal leider, nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen würden, eine größere Chance haben, sich und ihre Qualifikationen zu präsentieren. Und nur das ist zunächst einmal das Ziel. Ob diese Bewerber eingestellt werden, liegt dann nicht mehr an dem anonymisierten Bewerbungsverfahren. Aber das scheinen Sie irgendwie immer zu verwechseln. Meine Damen und Herren, liebe Serap Güler, wir sind an der Stelle allerdings gar nicht so weit von den Forderungen des Antrags entfernt. Wenn Sie davon sprechen, dass Sie die eignungsdiagnostische Norm DIN 33 430 zum Standard bei der Bewerberauswahl machen möchten. Ja, natürlich. Wenn jede Personalauswahl nach dieser Norm durchgeführt wäre, dann hätten wir äußerst treffsichere, faire, diskriminierungsfreie Entscheidungen. Aber da muss man auch mal die Kostenfrage stellen. Laut den Experten mache bei dem Kosten- und Zeitaufwand die Auswahl nach DIN 33 430, nämlich wirtschaftlich nur dann Sinn, wenn viele gleichartigen Stellen zur gleichen Zeit zu besetzen sind. In dem uns geschilderten Beispiel ging es um 180 Stellen des Bundeszentralamts für Steuern. Meiner Meinung nach ist das ein Spannungsfeld, über das man sprechen muss. Einerseits gilt es bei der Stellenbesetzung, finanzielle Grenzen einzuhalten. Andererseits muss die Landesregierung über diskriminierungsfreie Wege bei der Stellenbesetzung nachdenken. Ist ein ausufernder Kosten- und Zeitaufwand gegen Diskriminierung gerechtfertigt? Ist es im Rahmen der Willkommenskultur sogar erforderlich, diesen Aufwand zu betreiben? Ihre Aussage, dass die Auswahlprozesse dadurch nicht teurer würden und mit den personellen Ressourcen der Landeseinrichtungen zu stemmen wären, kann ich nicht nachvollziehen. In diesem Zusammenhang auch noch in Punkt 5 Einspareffekte prüfen lassen zu wollen, passt nicht zusammen. Ich sagte es bereits am Anfang. Das Anliegen des Antrags, die kulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes, begrüßen wir. Bei der Qualifizierung bezüglich eignungsdiagnostischer Entscheidungen, aber auch in Fragen der interkulturellen Kompetenz und dem Umgang mit kultureller Vielfalt muss noch eine Menge getan werden. Wir alle setzen uns doch hier für Integration ein. Und gerade die berufliche Integration muss noch stärker in den Fokus gerückt werden. Wir Piraten sprechen uns gegen jedwede Diskriminierung aus. Wir setzen uns grundsätzlich dafür ein, dass alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben können. Dazu gehört für uns allerdings auch die Anwendung des anonymisierten Bewerbungsverfahrens. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die Landesregierung erteilt das Wort.